ich begrüße euch zu einem neuen video von mir heute geht es um den lesemonat september den habe ich jetzt für euch ich habe in dem monat so fünf bücher ungefähr gelesen hätte mir gewünscht dass es mehr wird ganz ehrlich gleich im oktober das erste buch was ich in dem monat gelesen habe im september war dieses buch hier und muss ich immer die andere seite gehen so das nicht so spiegelt und zwar von lana stone kämpferherz in dem buch geht es um einen um eine junge tierärztin die von einem mafiaboss entführt wird ja ganz tolle geschichte sie hat eine bewegende vergangenheit und er also zwei gegensätze prallen da aufeinander ganz ein tolles buch hat mir sehr gut gefallen so für zwischendurch ist es gar nicht so schlecht das war wie gesagt das erste buch hat mir echt sehr gut gefallen das nächste buch bzw die trilogie was ich als nächstes gelesen habe war die zirkel trilogie ich habe ja schon habt ihr schon die rezension zu den büchern gesehen das erste buch natürlich ist zirkel der erste band der hat mir wirklich sehr gut gefallen da war ich wirklich begeistert da habe ich gedacht dass die reihe wirklich ganz toll werden wird aber leider ist leider das gegenteil eingetreten aber wie gesagt der erste band war super dann kommen wir zum zweiten band den ich in dem monat gelesen habe auf feuer von sarah w elfklen und marz strandberg da gab es für mich nur einen grund weiter zu lesen weil da hat sich anscheinend so ein verein gebildet in engelsforz das und da wollte ich einfach wissen was hinter dieser vereinigung mit dem verein aus steckt das war das einzige warum ich zu ende gelesen habe ist auch wieder sehr dick gewesen das ist nicht richtig vorangegangen das hat mich echt extrem gestört ich wollte ich habe gedacht da ist da kommt mehr da ist mehr aber leider war die nicht so dem buch habe ich jetzt aber trotzdem noch gut gemeinte vier sterne gegeben die rezension dazu findet ihr in unten in der infobox verlinkt also in der video beschreibung da könnt ihr euch die anschauen und war also ich habe wie gesagt schon mehr erhofft auf jeden fall dann kommen wir zum dritten und letzten band der trilogie und zwar schlüssel also sehr sehr dick das hat fast an die 900 seiten gehabt ja das große finale war es jetzt für mich überhaupt nicht weil sie wie gesagt überhaupt nicht vorangehen ich habe ja die reihe zusammen mit der annie gelesen von einer wunderbaren booktuber kollegin die annie selber falls ihr die annie noch nicht kennt habe ich euch unten den link zu ihrem kanal den findet ihr unten in der video beschreibung in der infobox unten da könnt ihr mal reingehen und euch ihren kanal mal angucken wenn ihr lust habt ja und wie gesagt hier also das war nur zäh es hat sich gezogen also mir hat überhaupt nicht gefallen ganz ehrlich also vom finale hätte mir was anders erhofft und wenn es zwei oder dreihundert seiten weniger wären wäre es echt gut gewesen also wie gesagt von mir nur drei sterne ganz ehrlich also ich habe mir da was anders vorgestellt viele haben ja viele feiern ja die reihe aber ich nicht ich kann die reihe definitiv für mich sagen nee ich würde es nicht nochmal lesen ich würde es auch nur bedingt empfehlen natürlich könnt ihr entscheiden was ihr lesen wollt und was nicht das ist ganz klar aber für mich ist es wie gesagt einfach nicht das was ich mir erhofft hatte weil in der rezension gehe ich da noch näher drauf ein also da könnt ihr euch noch mehr informieren über die bücher damit ihr auch wisst was da was da alles was da was ich da alles dazu gesagt habe das nächste buch was ich gelesen habe ist von rena morgan da steht das bild hoffentlich neben mir eingeblendet und zwar claim and protect das ist der zweite teil der heaven brotherhood reihe hat mir sehr gut gefallen also da geht es um also es ist so eine gemeinschaft aus vier fünf männern eben und also hat mir wirklich sehr gut gefallen jetzt der zweite band also ich hoffe dass der dritte auch bald rauskommt ja das war jetzt mein kleiner aber bescheidener lesemonat ja ein bisschen mehr hätte ich mir auch erhofft es ist leider so aber gut so ist es halt einfach und da das video ist noch ein bisschen da werde ich jetzt einfach noch ein neuzugänge video mit einbauen weil ich dachte vielleicht mache ich das gleich ich habe auch schon einige neuzugänge schon bekommen schon ja und die werde ich euch dann im nächsten video im nächsten video zeigen oder beziehungsweise eigentlich schon in diesem video ich hole es jetzt einmal kurz auch jetzt ein bisschen und zwar halte ich einmal und zwar habe ich drei neuzugänge für euch und zwar einmal mein erstes offizielles Rezensionsexemplar von einem verlag die haben mir das freundlicherweise geschickt und zwar geht es um dieses buch hier von michaela kassel worüber wir schweigen ich bin sehr gespannt also vielen dank an den verlag dass ich das vorab lesen darf bin sehr gespannt also um was geht es im groben in dem buch zwölf jahre sind vergangen seit Nina das dorf fluchtartig verlassen hat von einem tag auf den anderen und nach zwölf jahren kommt sie auf einmal wieder zurück und die bewundern denken sich moment wieso kommt die jetzt auf einmal wieder warum nach zwölf jahren weil da ist anscheinend ein ereignis passiert was ihre alte clique und sie sehr hart getroffen hat anscheinend und auch in zweit hat da fast aus freundschaft schon hass geworden ist und über dieses ereignis wird geschwiegen da bin ich sehr gespannt drauf also mal gucken ob es mir gefallen wird aber ich denke ich habe schon ein bisschen reingelesen schon scheint echt nicht schlecht zu sein schauen wir mal wie es weiter geht dann habe ich meinen nächsten neu zugang ich habe mich getraut die liebe annie macht ja den king tober jetzt es ist ja oktober und ich habe mir mein erstes stephen king buch gekauft ja ich konnte nicht widerstehen weil mich der klappentext so gepackt hat und habe gesagt hey komm jetzt holst du ja einfach und zwar das ist sein aktuelles buch von stephen king das institut also der klappentext hat mich wirklich sehr neugierig gemacht und zwar geht es da um kinder die unter mysteriöser art und weise entführt werden und in ein institut gesteckt werden weil die wissenschaftler da denken dass die kinder spezielle fähigkeiten haben da bin ich echt gespannt drauf was das ist was da geht als cover hat mich wie gesagt sehr angesprochen der klappentext natürlich im besonderen und bin sehr gespannt auf dieses buch und als dritten und letzten habe ich noch einen wunderbaren schuber den wollte ich unbedingt haben den gibt es auch ab 1 oktober ja und zwar geht es um diesen wunderbaren schuber hier muss jetzt einmal umdrehen von leif badugo die grisha trilogie ich habe ja die vorigen bücher von ihr gelesen die zwei die zwei die duologie ist das glaube ich gewesen genau das lied der krähen und das gold der krähen das ist quasi jetzt die vorgeschichte ist also sind die recht schön jetzt einmal hier von vorne dann haben wir hier noch und dann drehe ich einmal um und jetzt hole ich die einzelnen bücher natürlich raus damit ihr sehen kannst wie schön die cover sind also mir hat es wirklich sehr gut gefallen einmal der erste band goldene flammen dann der zweite band eisige wellen mit dem gold ist echt schön finde ich also und der dritte band natürlich noch lo dernde schwingen also bin echt begeistert der fällt mir echt gut dieser schub ich wollte den schon unbedingt haben habe mir auch vorbestellt gehabt und jetzt ist er endlich da und ich freue mich dass ich bald zu lesen anfangen kann so ich drehe jetzt mal um dass hier die bücher hier im schuber stehen natürlich in der anderen reihenfolge also das ist der erste zweite ist der dritte band so ja alle neuzugänge und jetzt bücher die ich in dem monat lesemonat gelesen habe habe ich euch alle in der infobox unten verlinkt falls euch das video gefallen hat dann lasst mir doch bitte einen daumen nach oben da ja und wenn ihr meinen kanal abonnieren wollt falls ihr das noch nicht gemacht habt oder lust habt ihn zu abonnieren unten in der infobox findet ihr den link zu meinem kanal oder ihr klickt einfach unten auf den button wo abonnieren drauf steht ja das war es jetzt von mir ich habe wie gesagt jetzt zwei videos miteinander kombiniert was für mich recht sinnvoll ist einmal lesemonat einmal neu zugänge video für den fahrt ganz gut gepasst dann wünsche ich euch noch ein schönes wochenende ja es ist ja freitag ein schönes wochenende und viel zeit zum lesen das wetter an sich ist ja nicht so schön aber wir können es ja nutzen wir buchnerds wir suchen uns einfach ein schönes plätzchen raus daheim oder man kann man einfach in Ruhe lesen ja das war's von mir ich wünsche euch doch wie gesagt ein schönes wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder und sag einfach mal servus und papa ciao ciao